Hi und willkommen zu anderen Sportschau. Wir begrüßen hier bei uns Stefan Ebner. Hallo. Schön, dass du da bist. Nimm Platz, machst du ja gemütlich hier bei uns. Danke für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Starten wir vielleicht gleich mal mit der ersten Frage. Ja, wir haben es schon gehört. Der Rekord ist 36 rote Karten weltweit. Was ist so dein Rekord an roten Karten? Insgesamt oder pro Spiel? Naja, also pro Spiel ist schwer zu sagen. Ich glaube drei oder vier. Was ist dir persönlich lieber, wenn es richtig schwierige Entscheidungen gibt, die man treffen muss? Weil als Schiedsrichter musst du ja ständig Entscheidungen treffen. Oder ist dir lieber, wenn es doch gemächlicher zugeht? Naja, lieber ist natürlich ein Spiel, wo es ruhig ist, wo ich nach dem Schlusspfiff vom Spielfeld gehe. Und am besten stellt sich die Frage, wer war heute der Schiedsrichter? Definitiv. Aber lernen und mitnehmen tut man sich natürlich am meisten aus den Spielen, die schwierig sind. Was braucht es, dass ein Schiedsrichter-Fan-Liebling von beiden Mannschaften ist? Oder bei den Fan-Kopierungen? Fast unmöglich, glaube ich. Wie eingangs gesagt, das Schönste ist ja für den Schiedsrichter, wenn er am besten gar nicht wahrgenommen wird. Aber es gibt auch Momente, wo du Lob oder ein positives Feedback kriegst. Von offizieller Seite, von Fan-Seite, wo es dann weg zum Auto vielleicht dann auch noch, ich sage jetzt nicht Autogramme, aber wo man dann einmal vielleicht nur ein Trikot her schenkt oder ein Freistoßspray oder sie austauscht. Die gelbe-rote Karte ist natürlich da auch sehr gefragt. Komfort. Aber es ist natürlich, und ich glaube, wer den Weg als Schiedsrichter geht, muss einfach damit akzeptieren, dass man nicht viele Fans hat. Wir haben es schon angesprochen, 2019, dein Aufstieg, da hast du dann zum ersten Mal in der Bundesliga gepfiffen. Und die Sweet Godness fragt jetzt, was war das für ein Gefühl, zum ersten Mal Bundesliga zu pfeifen? Und vielleicht weißt du auch noch, welches Spiel das war? Ja, das ist eigentlich so das prägendste Ereignis als Schiedsrichter. Nicht jetzt nur alleine, weil es das erste Bundesligaspiel war, sondern es war im März 2019, ich glaube, Quali-Gruppe Hartberg gegen Wacker Innsbruck. Und ja, was hat das ganze Spiel so speziell gemacht? Natürlich erst einmal Bundesliga-Luft mit damals 27 Jahren, ist jetzt nicht selbstverständlich. Und die Distanz, also von meinem Heimatort nach Hartberg sind knapp 400 Kilometer, haben es aber trotzdem geschafft. Also so diese, ich glaube, die Südtribüne in Hartberg waren so circa 40 Leute aus meinem familiären Umfeld, aus meinem Bekanntenkreis. Meine Frau war da, meine besten Freunde. Und das war halt schon speziell. Man muss sich das so vorstellen, normalerweise, wenn du als Schiedsrichter das Spielfeld betrittst, registriert das keiner. Wie wir aufwärmen gegangen sind, hat es tausenden Applaus gegeben von meinem Fanklub. Das Spiel ist super gelaufen und haben dann auch einen netten Abend, alle miteinander. Und ja, also an das denke ich gern zurück. Wie schaut so die Vorbereitung auf ein Matchday aus? Ja, ich habe dann einfach so Routineabläufe. Also da lasse ich mich auch ungern reinreden, also was jetzt Essen angeht, was Aktivieren angeht. Also da ist so ein Spaziergang am Vormittag, ist eigentlich Pflicht. Und am Spieltag hat das alles, also vom Weg in die Kabine bis dann die Musikbox läuft. Ich bin da auch so... Habst du ja als Schiedsrichter die meine eigene Musikbox mit? Ich habe tatsächlich immer eine Box mit und mittlerweile ist es schon so, dass, wenn man mal vergesslich ist, die Box nicht dabei ist, ist mindestens ein Assistent, der immer eine Box mithaben muss. Also das ist schon so, wie gesagt, Routineabläufe, alles was gut tut und die Musik ist bei uns einfach auch so, wenn der Kabine das lockert auf oder das motiviert. Jeder hat da seine unterschiedlichen, ich habe da jetzt keine spezielle Playlist, aber es gehört dazu. Ich wollte eigentlich jetzt fragen, was deine Lieblingsmusik ist, die läuft vor dem Spiel? Also das kann von deutschem Hip-Hop über deutschen Schlager zu ganz schlimmer Ballermannmusik. Also es gibt Tage, da brauche ich das. Austropop. Also von Helene Fischer bis Ursprung-Burm, alles dabei. Alles, also da ist wirklich quer durch den Gemüsegarten. Video Assistant Referee natürlich nach wie vor oder wieder einmal in aller Munde. Wie stehst du als Schiedsrichter dazu? Die Fans sagen ja oft, das nimmt die Emotion raus, etc., etc. Aber für einen Schiedsrichter ist das ja eine Hilfe, oder? Du sprichst es an, also genau das Thema mit der Emotion ist ja für uns gut. Nicht, dass wir das Spiel jetzt damit töten wollen, aber es nimmt halt die Emotion raus, wenn ich einen Fehler, den ich vielleicht vor einer Minute begangen habe und ich sage, der entscheidet womöglich dann das Spiel, wenn ich den revidieren kann. Ich schaue mir das vom Monitor an und bin sehr dankbar, dass es diese Hilfe mittlerweile in Österreich gibt. Schiedsrichter werden gebraucht. Wie kann man das Schiedsrichterwesen, das Schiedsrichtersein für die jungen Leute vielleicht auch attraktiv machen? Ich habe mit 14 begonnen und habe es bis heute nicht einen Tag bereut. Und das ist eigentlich meine Antwort drauf. Das ist auch ein Game-Vorbereiter. Ein Wahnsinns-Game, wieder einmal ein Entweder-Oder-Spielchen. Ich würde sagen, das ist ein Spielchen. Ich glaube, es trifft es eher zu als Spiel. So groß ist es nämlich nicht. War oder kein War? Haben wir, glaube ich, schon geantwortet. Definitiv. War. Eindeutige Kräfteverhältnisse am Platz oder ein enges Spiel? Ein enges Spiel. Wenig oder viel Nachspielzeit? Wenig. Freistoß oder Strafstoff? Freistoß, weil Schiedsrichter da einfach nur weniger im Mittelpunkt ist. Weil beim Strafstoß, glaube ich, ist ja doch immer so, war es korrekt oder nicht? Freistoß, ja. Und Ausschluss oder Fingerspitzengefühl? Fingerspitzengefühl, wenn es möglich ist, ja. Wobei, wenn Ausschluss zu setzen ist, weil es eben sofort, weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt, genauso Ausschluss. Also lasst ihn eben entweder-Oder-Beantworten. Ich muss dir gratulieren, Stefan. Du hast heute die richtigen Worte immer gefunden hier bei uns. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hat Stefan Ebner auch die richtige Mimik und Gestik immer mit am Platz. Stefan, vielen Dank für deine Einblicke. Für das, was du dann Input geliefert hast heute. War sehr interessant. Hat auch dem Chat sichtlich gefallen. Sympathischer Schiedsrichter schreibt Robert Spitzwieser zum Abschied. Das greifen wir so noch mit auf. Und dann wünschen wir dir noch ein schönes, erfolgreiches Bundesliga-Wochenende. Vielen Dank. Und gute Heimreise jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. So ist es. Da war le不多. Und das ist die Prise-Roche. Da war ich daher berühmcht. Ich freueo es Carrark.